Ein Mercedes-Benz GLK 200 steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem großen silbernen, fünftürigen, SUV-Platz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 11.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2014. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Xenonscheinwerfer, Navigationssystem, Tagfahrlicht, Partikelfilter, elektrische Fensterheber und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 143 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des sparsamen Diesel bei 5,5 Litern. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017